Moin moin meine lieben leute und willkommen zurück auf meinem kanal zu einer weiteren folge psychonauts und ja echt krankes spiel muss man sagen und wir haben in der letzten folge lady glocktopus besiegt das schon ziemlich cool wie es gemacht haben da real grinding okay is more my thing right wow ich habe einen sprung der typ take these to the top my friend thanks for us doppelsprung ok jetzt wird schwierig schwierig ich hätte diese dinge ran müssen okay so schwierig kann es sein los war erst mal reinkommen wie cool ist ein ein nach anderen helfen ok schießen wir ab sehr egal Ah, schau, ich kann es erklären. Oh, mit dem Jojo. Die haben alle ihre Fähigkeiten, die sind echt lustig, die Truppe, oder? Oh nein. Jetzt gibt es Eis. Na, was ist hier schon wieder los? Die Verbindung zum Controller ist abgebrochen, also das ist lustig. Ich muss mal irgendwie ein Update fahren, weil ich das schon ein paar Mal gehabt habe. Die Verbindung zu diesem Controller einfach abhaut und ich weiß nicht warum. Das ist doch verrückt. Das dürfte doch eigentlich passieren. Die Batterie ist nicht leer. Guck mal, dann stirbt man deswegen, ne? Okay, nochmal. Oh. 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 Das Leben? Alles? Okay, es ist doch bekloppt. Ab in den Walrein. Was haben die Leute geraucht, als sie das Spiel programmiert haben? Danke, alle. Ich fühlte da eine Menge Psychosynergie. Das ist kein Wort. Okay. Unser Auftrag ist aber immer noch da. Wir müssen? Geh in. Ich sende dich in die Petthaus. Ah, danke schön. Beide, Eggbeater. Wir haben keine Ahnung, was da zu erwarten. Ich bin bereit für alles. Außer... das. Was? Was ist das, Eggbeater? Ich bin nicht sicher, aber... Ich denke, es muss... Rotten Kaviar sein. Notiert. Bitte weiter. Ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher. Aber ich kann nicht mal kurz so einen Vorhang wegmachen. Das ist doch bescheuert. Okay. Ich gehe trotzdem kurz so hoch. Oha, mein Kopf. So, dann kriegen wir hier rein. Ui, da durch. Das stimmt aber hier. Gross. Du musst mich schocken. Heilige Mama. Mehr Kaviar. Wow, 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 wow. Eggbeater. Sorry. Es ist einfach viel zu nehmen. Du findest evidence von Delusionist-Aktivität? Du kannst das sagen. Ich denke, ich habe die Hauptsitzung des Maligula Fan Club gefunden. Das fühlt sich mehr als nur eine Geschichte-Buff. Hey, du weißt, dass Maligula's Körper verloren war? Wir haben die Situation geprüft. Aber es war ihre MIND, die sei gefährlich. Nicht ihre Körper. Ja, aber was für jemanden könnte jemanden für die... Uh-oh. Uh-oh. Rasputin. Rasputin. Ich denke, jemanden misset Maligula. Ein viel. Das sind hammergeile Titel. Es ist besonders alles, was uns zu identifizieren kann, der Double Agent in den Psychonauten. Wir tun das. Leapro, freier Zugang zum Hauptquartier des Psychonauten. Contra? Nix. Oh. Okay, eine verrückte Ziege. Necromancy. Ugh. These books are pseudoscience mumbo-jumbo. There's nothing in these papers that identifies our Double Agent. I'm afraid there's only one prime suspect right now. Who? Nick. No. The key was on his body. He has to be connected somehow. But how could he kidnap Truman if he was in a box? Brainless. Good point. There must be another. By the way, where were you, Hollis, when I was trapped in the... Oh, look, we're landing. Gut abgelenk, Holly. Augen schützt ja noch aus wie ein gigantischer Penis mit Eiern, finde ich. Von unten zumindest. Great job, everybody. Let's regroup in my classroom for mission debriefing. I guess I should see if I can find anything in these ridiculous books. And I'll take a closer look at these papers. Oh, Sasha. I just don't know who to trust anymore. I know I should show this to the others. But I want to talk to Lily about it first. Alone. Alone. Gut. Gucken, was Lily dazu sagt. Ist eigentlich ganz cool, die Geschichte. Ist trotzdem so eine kleine, so eine kleine Geheimagentengeschichte, was wieder witzig ist. Wir sollten ins Büro gehen und reden mit Lily. Okay. So, wir gehen mal kurz rein. Sprechen ins Büro in den Nervenzentrum. Mitglied ins Büro. Wo war ins Büro noch? Guck mal, können wir alle versuchen abzuschnappen. Ähm. So, wo war ins Büro? Truman, fünf. Ah, da oben. Okay, das ist natürlich nicht so weit. Ach, wir sollten ja auch in die Richtung hin. Scanning für Thinkerprint. Axis, granted. Thank you. Richtig, richtig, richtig hier? Da doch. May I speak to you for a minute? Oh, aber... Hm. Okay. Gerade ist reingekommen. Schon wieder raus. Is this about what happened in Hollis' mind? Yes. Oh. I can explain. No need. Oh nein. Das muss ich jetzt schon wieder machen. Das ist, was ich jetzt hier noch mal. So, ich glaube, das ist hier noch mal. Ich glaube, das wäre ein guter Ort, um zu sprechen, über den unglaublichen Akzess, die wir Psychonauts haben, und die Hoffnung, die mit ihnen geht. Ich weiß. Ich habe wirklich verletzt. Ich dachte, ich könnte es fixieren. Du denkst, dass du eine andere Person manipulierst, um ihre Wille zu deinem. Es gibt ein paar Dinge schlimmer, Rasputin. Agent Forsythe fühlt sich, dass du deine Lehren gelernt hast, und dass keine weiteren Werte sind. Ich denke, dass sie zu lenient ist. Die nächste Mal, wenn du dich in jemandem wundernst, und es passiert, dass du überraschst deine Bühne, benutze das. Schmerzen? Diese werden dich sofort aus dem Gehirn, bevor du irgendwelche Schmerzen gemacht hast. Du kannst auch diesen Ort verwenden, um zu etwas von den Minden, die du bereits besucht hast, natürlich. Wenn du fühlst, dass es da etwas unverletztes Geschäft ist. Use das Schmerzsalz, wenn du bereit bist, um zu gehen. Danke, Sascha. Und ich bin sorry. Guck mal, Loboto ist das Labyrinth. Hier können wir die ganzen Level nochmal machen, sozusagen. Das machen wir jetzt aber nicht. Jetzt gehen wir erstmal hier raus. Gehirn verlassen. Ach, da. Kann ich direkt aufgehen. Okay. Gehirn verlassen. Das ist natürlich cool. So, jetzt müssen wir aber mal die kleine finden, damit wir rausfinden, ob die was damit zu tun hat. Eventuell ist Sia der Maulwurf. Beziehungsweise der Doppelagent. Glaubst du zwar nicht. Was soll's. So. Hier muss ich irgendwo sein. Ich fand das Casino wirklich bemerkt. Ich bin so glücklich. Keine Ahnung, dass niemand wissen wird. Gehen wir zu Truman's Büro und über das zu sprechen. die viele aber noch nicht auch ruhig zu geben könnte ich auch noch ein bisschen mehr machen so ich will man ganz viel geld doch schon recht viel hier drin na gut so die ganzen weg dahin laufen auf die unterbricht es nicht schon wieder jemanden kann man früher sehe die hieß glaube ich agent smart oder sowas da ging auch um die 30.000 türen ich sehe agent forsyth agent forsyth ich habe immer Zeit für meine internen jetzt weg von meiner Seite ich frage sie noch mal was verpflichtet, um raus zu gehen verpflichtet, wir sind unter Lockdown, bis wir eine Handlung an dieser Moll-Situation bekommen Ok Any leads on the Moll? Here's something, did you know that Maligula was from the nation of Grulovia? Hmm Is it that the same country that your family the Aquatoes come from? Yes, but Oh, don't worry, many families led Grulovia during the war and after It's just interesting is all Oh Hat sie mich jetzt in Verdacht? Ok Agent forsyth I just wanted to say how sorry I am Think you've learned anything from that little miss adventure in turn Aquato? Na Man sollte immer tun was der Lehrer sagt, muss die Grenzen von Leuten respektieren You have to respect people's boundaries You're on the right track You're here to learn, Rasputin, and there's no learning without mistakes Even I learned something from that unplanned vacation My security was way too open, especially with a Moll in the organization Sorry to bother you, I know you're busy I always have Ok Gut, also, aber wo ist denn In der Linie läuft die gar nicht rum, ne? Agent forsyth doesn't want us to send any more operatives than necessary Achso, haben wir We check the crisis Yes, it's up team Agent, hello, stranger Haha Warte schon hoch Access, granted So Das ist nun die Karte Can we see Warte schon Can we see What is he? Lily, wie ist das? Oh, Raz, ich kann nicht herausfinden was falsch Es gibt Warte ein Und und helfen mir herausfinden was. Aber sie ständig sterben. Ich denke, das Silurium-Poisoning muss besser sein als wir dachten. Listen, Lilly. Ich habe zu sprechen über etwas, was ich auf dem Casino-Mission gefunden habe. Haben Sie sich geholfen von einem... ...strangern oder... ... oder sogar jemand, du kennengelernt, wunderschön, ... zu... ... zu... ... und zu... ... meinen Dad? Ist das das, was du imponiert? Nein, aber ich wollte dich warnen. Die Leute werden gefragt. Ich weiß, ich spreche über die Psychonauts und sagen, sie sind nicht wie sie sind. Und ich weiß, ich bin eine terrible Frau und eine Verzweiflung zu meinem Vater. Okay? Aber... Aber... Oh, nevermind! Lilly, hang auf! Hm. Rasputin. Truman! Du wunderschst! Hang auf! Ich habe das! Ich habe das rausgelegt. Doch die anderen vielleicht! No! Rasputin. No one muss wissen. Da sind wir nicht zu wissen. But... Wenn die schlechtere Person hört, was ich übernommen möchte, ... ...NO期feder werden könnte. Aber... Lilly! Wir müssen diese Information aus dem Strom. Für immer protecting sie. I sagst sie! Wer für dich? Ich verstehe nur das Psycho... ... im Schalte, im der Scheinокar hat! Aber Lobato muss... Wir denken, es sind die Delusionisten. Und sie versuchen sie zurückzunehmen. Malegula. Das ist wahr. Das war's, was ich an, als ich wurde. Sie können nicht wirklich zurückzunehmen, oder? Sascha sagt, es ist unmöglich. Es wäre nicht die erste Mal, die Psychonauts unterstimmten Malegula's Macht. Hinten mal ein Schlüssel. Ich habe eine Mission über die Welt geschaffen. Und ich habe niemanden, ich kann nicht mehr zu glauben. Du musst Fjord hier bringen. Kannst du das tun? Ja, wenn ich ein Bacon finde. Ich werde das letzte Mal ignorieren, weil es keine Sinn für mich macht. Aber ich glaube, dass du das machst. Und ich glaube, dass du keinem sagen darf. No-one, Rasputin. The fate of the free-thinking world is in your hands. Okay, Grand Head, Zanato. You can trust me. I'll get forward. Okay, boy. Go now. We're running out of time. Okay. Gut, weißt du, machen wir uns den Schlüssel. What are you doing? You blow my cover! Oh, komm ich da nicht hoch. Ah, ich weiß nicht, fahr der. Und dann? Okay, in Fortschritt. Wir müssen auch noch eine Karte, die wollen wir auch haben. Seikart! Seikart! Wir gehen hier oben raus, ne? Wir gehen hier oben raus. Kann ich da nicht rein? Scanning for Thinkerprint. Kann ich da nicht rein? Access denied. Okay, da können wir noch nicht rein, okay. Okay, dann müssen wir hier zurück. Also, den normalen Weg zurück. Und die nicht auch benutzen jetzt? Wir wissen, wie wir schneller irgendwo hinkommen. Also, ähm... Halt! Bevor wir das machen, wo sind wir jetzt hin? Irgendwie ist mein Speck vom Flüsterfeld im Rombus des Ruins verloren gegangen. Ich muss ein neues Stück besorgen, um Fort Cruller zu rufen. In der Cafeteria müsste ja Speck zu haben sein. Okay, wo ist die Cafeteria? Cafeteria? Wo ist die Cafeteria? Wo ist die Nudelschüssel? Ist das die? Wahrscheinlich, ne? Jot? Jot, 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 da. Ja, müsste das sein, oder? Ich glaube schon. Also, okay, dann ab zur Nudelschüssel. Das ist Jot. Also, müssen wir erstmal hier raus. Oh je, erstmal. Gut. Ah, hier ist Geld drin. Okay, ähm... Nudelbowl, da hinten, ne? Ist nicht da drin. Haben wir, was wir noch machen können? Ich weiß es gar nicht. Ich habe nur nicht genug Karten, ne? Wenn du mehr Gehr brauchst, wird die Automatik hier sein. Sollen wir hier reden? Ne. Und dann hier haben wir schon wieder die ganzen Freaks hier drin. Okay. Okay, aber was kann ich denn machen? Ich bin nicht genug für das. Kriegt keine Speck hier ein, aber? Das ist zweit. Scheint nicht. Okay, aber Speck ist hier auf jeden Fall. Irgendwie. Hoffe ich. Hey. Hey, are you sure you're old enough to be an intern? Klar. Geht nicht. Fragen wir meine Cafeteria, ob die schmeckt haben. Sie haut ab. Gerade wo ich komme. Hey, did the bacon delivery come in yet? Yep. And I'm already sold out. Sorry. What? You don't have one piece of bacon? Well, just the one I was saving for my ferrets. Okay, you can have it. It fell on the floor anyway. I don't mind. Gross. Okay, I'm closing up shop. Enjoy your dirty bacon, kid. I don't know. I don't know if you're still the psychic stowaway inside my head, Ford. But if you are. Oh, there's a honey pepper, boar bacon? Oh, I haven't had that since my days back in headquarters? Rasputin, what are you doing back here? I'm not supposed to be here. Oh, but I do miss the old honey pepper. We need you here, Agent Cruller. Grandhead Zanotto asked for you himself. Hmm, what's that? Oh, you found Truman. Oh, good, good, good job there, Rasputin. Yes. And he says you're the only one who can help us fight. Maligula. Da haben wir ihn rausgeholt. Da haben wir ihn rausgeholt. Okay. Schauen wir schon rum. Interessant. The campfire at whispering rock. I haven't been here for... I remember this guy. He always seemed to be missing something up top to me. Ha. Here's the top to that stump and a little torch. Hey, wo soll man was reinstecken? Was bringt mir das jetzt? Kann ich hier irgendwie Feuer schießen? Das geht nicht, aber ich kann's anmachen, ne, mit meinem. Sie haben diese Torche aufbauen, ich erinnere mich. Was rennt es? Oh. So, es war Ford Cruller in seiner Prima. Okay. Das ist mehr so. Was wir allen machen jetzt? Ah, okay. Alle anderen gucken uns gleich an. Okay, Casey Opia. Das sind wir alle. Wer ist das? Das ist richtig. Es waren sieben Stumps in der Camp. Wer ist denn da drauf? Wahrscheinlich Malek, oder? Nee. Lucrezia Muck. Lucrezia Mux. Mux, okay. Huh. Wunderbar, warum ist sie nicht in der Psychic 6? Ich meine, ich glaube, weil das würde es in der Psychic 7 machen. Aber trotzdem. Sie müsste es wichtig sein, oder Ford hätte sie nicht schraubt. Das ist sie doch wahrscheinlich. Das ist sie doch wahrscheinlich. Nur in früheren... Öh? Okay, los geht's. Springe auf ein Boot, um an Bord zu gehen. Ellie kann zu paddeln. Was haben wir hier durch? Das reicht ja auch. Ich hoffe, dass sie rauskommen aus der Gulovii, wo ihr Mann wurde gerade in der Krieg. Ich weiß, dass ihr Fragen habt, Ford. Aber mit Lupreche, der Hydrokinesis, wir können den Citanien aus dieser Gave, in Noten, ich fühle mich... Huh? La 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 la... Wir haben einen Beklebowski. Oh, jetzt bin ich er. Das wird wirklich abgefahren. Ich denke, dass die Vergangenheit über die Vergangenheit ist. Jetzt kommen wir hier aus, bevor das Baking wird. Aber Ford! Ich sage nicht, es wird einfach sein. Aber wir sehen uns, und ich bin sicher, dass er... Agent Cruller? Ford? Oh, Mann! Ich muss ihn finden, bevor ich wieder zu Truman reporte. Was war das Arbeit, das er sagte, dass er zu tun musste? Was über... ...Mail... ...Hair... ...and Schuhe? Okay, dann wissen wir auf jeden Fall, wo wir hin sollen. Aber das machen wir auch erst wieder beim nächsten Mal. Ich danke euch trotzdem fürs Zuschauen. Was heißt trotzdem? Ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss! Wir sehen uns beim nächsten Mal... Tschüss! Tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020